und herzlich willkommen hier so weit haben wir hier der marsch ja was fehlt bist die lage und ja doch mal sie alle wir fahren einmal mit und die bgh dass wir richtig betrieb ist jetzt haben wir ja 18 uhr ich habe meine zeit auf 05 reduziert dunkel wird das ist ja auch nicht so schön ja für die für die bierproduktion brauche hopfen hopfen lager da wenn man gleich näher auch noch fahren ja ansonsten wenn das gemacht ist und die bierproduktion läuft dann können wir die nacht überspringen durch schnelldurchlauf zum beispiel ich habe ja erst mal so gesehen das gibt auch ein stall für die erweiterung bin noch nicht ganz sicher ob das dann auch ein verkauf klappen würde wer hat der erfahrung im grunde ist ja rindfleisch rindfleisch also aber ist ja ein standard kein start los also ich habe noch kein gesehen und daher ist mir gefährlich jeder neigt dazu ihre zeiten eigenen standard zu nehmen also grunde ist ja auch so es gibt ja keine gemeinsame plattform dafür in dem augenblick wenn das eigenes entwickeln ist es zwangsläufig wahrscheinlich immer ein bisschen anders wie als wenn das ja nicht so wäre das ist ja kein vorwurf aber das ist ja halt tatsache so dass jeder für sich alleine das macht letztendlich sich zu einig auf ein niveau klappt ja auch nicht immer nicht so denn auskippt wenn man schon mal hier den radlader wegnehmen das andere glas ist ja auch jetzt durch die vergleiche reinfahren werden mal gucken ob die gräser in den ballen form auch durch ist jetzt nehmen wir hier das raus aus dem selo was noch geht und da ist ja was verpackt muss ich wieder öffnen und hier steht die silage die lange das ist perfekt können wir leichter so nehmen einmal mist extra zwei das nicht ganz so dramatisch ist dann kann er mal leer laufen dann hat er genug zu verarbeiten und dann hat er entsprechend auch die möglichkeit mit puffer zu arbeiten mit reserve also der bunker ja ansonsten wollte ich eine dünge produktion aufbauen außerhalb zwei stück eine reihe zweimal sagt gut ein oder zwei heulager mit stroh und mit silage halten und da wo das klee jetzt gerade ist das dort mit einzulage und ein normalen lager nehmen normales was für praktisch dann was einkaufen können also zum beispiel erdbeeren aus jürgen import und dann können wir auch theoretisch den komposter ja da muss man immer sehen und diesel haben wir haben kein diesel zurzeit wir müssen ja mal sehen dass wir da der lkw ist da wir mal kurz weg fahren dann hopfen fahren ja flaschen das muss ja mal anlaufen bei der ballon fliegen da brauchst du das bestes wetter thermik muss da sein also hochdruck wenig wind wenn es geht ich habe die flaschen drauf gelassen die hinteren flaschen das schlecht das ungünstig dann wird dann wenn da noch einige fehlen na gut so viel ist ja auch nicht daran eine palette war da 5000 da werden wir nicht lange hinkommen ja die ballon sind sinniert und im kuppen sind oder muss ich mal schauen dass wir jetzt nachher das silo aufdenken ne das linke und das rechte grunde ist ja was die kühe da verdauen ist ja auch praktisch die verwerten ja nicht alles ne das ist halt so jetzt bei vielen tieren das hat so dass sie nicht alle stoffe ganz verwerten können warum auch immer ist halt so kommt er bis zum schluss zum abkippen kommt er nicht dann hat er sich festgefahren jetzt kommt er an dann hat er sich festgefahren lassen dann hat er sich gelöst Ja, wenn das so sein würde, das Kursproblem macht ja immer noch einen Bunker nach dem anderen. Was mit dem Mais Plus ist das ja nicht mehr rein. Nö. Hat das ja nicht verarbeitet. Bis es ist voll. Dann hat er garantiert nicht die nötige Menge im Vermieterbräu. Dann habe ich hier schon eingekippt. Und da noch nicht, ne? Ach, der kann doch nicht sein. Der Mod ist auch weg. Ich hatte ja gestern einen Abschluss gehabt. Mit dem Spiel. Und ich weiß nicht genau warum. OBS hat sich blockiert. Und dann... Ja, lief am Rechner nichts mehr. Dann bin ich praktisch auf den Neustadt gegangen. Und... Das hat so lange gedauert. Dann habe ich im Prinzip resettet. Und da war der Spielstand von... Aber normalerweise den Mod-Order habe ich doch getauscht. Also hatte mit einem nichts zu tun. Das ist schon komisch. Äußerst komisch. Ja, nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall das Kopf und Arm bauen. So. Und deswegen habe ich nur so gedacht. Dann müsste normalerweise... Der Koalitionsmod zu sehen sein. Also im Prinzip was fehlt, ne? Warte, er ist weg. Naja, gut. Im Grunde fehlt immer irgendwo was, ne? Hier... Hier ist ein Bug. Also hier praktisch... nicht weiter aufgeht. Dramatisch. Schlecht. So, Reu-Pressen ist fertig. Wir bauen noch Gas, ne? Für unsere Glashabbik. Dazu muss die Wege verlaufen. So. Doch bekommt er was. In der Mitte wird es soweit gehen. Am Rand meistens geht es nicht. Und wer hat für euch immer einen Bug gehabt? Den Grund weiß ich aber nicht, ne? Das ist ja das ganze... Äh... Den gab es schon einen 19er. Also mehr oder weniger. Wir machen halt hier viel Silage. Äh... Man müsste höchstens mal probieren. Die Standard-Silos. Das da auch so ist, ne? Mal probieren. Das ist dann am meisten so eine Sache, ne? Bis das so weit ist, dass wir testen können. Das vergeht ja noch weiter, ne? Das muss dann auch voll sein, damit wir überhaupt zum Genuss kommen, ne? Wenn das nicht voll ist, dann ist es... Der Test ist im Prinzip nichts wert, ne? 15% Flaschen. Das ärgert mich ein bisschen. Also wenn wir da jetzt, äh... Mal extra hinfahren müssen. Oder mal früh, wenn wir gleich, äh... Position... Also... Wir brauchen mehr Flaschen, ne? So oder so. Und Sand ist voll. Sehe ich gerade so. Geht da und wartet. Man sieht die Nacht. Und wenn man durchschaltet, kann ich ihn ja ausschalten. Und da sieht man das schon. Das ist die Wand. Ob das mit CoSplay gehen würde. Dass er dann öffnet. Weil komischerweise macht hier jetzt vorne keinen Haufen, ne? Das ist immer so. Als, äh... Feststellung, ne? Das hat er immer einen Haufen gemacht. Und rausfahren, ne? So. Jetzt hauen wir in die ganze Axelage rein, ne? Die. So. Was jetzt, was die Lage dasteht, ne? Wir sind ehreführend, ne? Ist aus Getreide gemacht worden. Anführungszeichen. Gemachte. Gehäckselt und dann zum Hof gefahren. Ich wollte ja erst mit, äh... Links arbeiten. Mit einem... Mäher. Und dann auch Schwad legen. Und dann einsammeln. Ja, beim Mähen. Wurde es zu Heu. Äh... Woran das nun genau liegt, wahrscheinlich ist die Karte nicht ready für Meisplus, ne? Bei der Thüringen ging es sowieso. Da war ich ja voller Mutes, dass hier aufgeht. Ups. Und jetzt... WLAN-Zeige ist nicht. Mit dem Hexer ist ein bisschen aufwendiger. Als wenn ich jetzt mit dem Dings gemacht hätte, ne? Mit dem... Mit dem Pötiger Mähwerk. Ist ja für ein... Für den Mähwerk ist das ja völlig egal, was da kommt, ne? Wird es sogar besser mähen, weil es fester ist, ne? Also nicht so... So weich, im Prinzip, ne? Die müsste man im Prinzip... Ja... Für jede Sache ein extra Bunker haben. Da kannst du theoretisch mit einem Förderband einen Haufen dann knallen und dann lassen wir mal rein, ne? Aber jeder Bunker kostet ja auch Geld, ne? Das Blauer Anders hat er den Bunker immer... Wo er noch die BGA hatte. Ja... Früh und abends voll gemacht. Er selber oder machen lassen, ne? Selbst alles. und negócio, es gibt einen Anfang. Täglich. Täglich. Und das war schon mal, ne? Wir haben hier nur drei Tage und machen trotzdem früh und abends heute. Also die Verarbeitungszeit ist schon langsamer als echt. Die Lage ist die Lage, normalerweise nur der Energiegehalt kann anders sein. Wenn der Gras nimmt zum Beispiel, was Spätherbst praktisch geerntet wird, ist ja praktisch die Blüte nicht vorhanden oder ganz wenig. Ganz wenig kann man sagen. Frühling. Im Frühsommer kann man sagen, wenn das Gras beginnt zu blühen, da geht die Kraft hier rein. In der Blüte. Also in den Samen. Das Korn will ja auch beim Gras im Prinzip Keimen. Und so ein Keim braucht immer Energie. Stärke meistens. Fett oder Eiweiß. Keine Ahnung. Da soll Mais rein. Jetzt haben wir Juli. Im Grunde würde ich ja die BGH mit allen drei Sachen bedienen. Mal schauen, wie viel Mais wir erden können. Von den eigenen Feldern. Und wenn das nicht reicht, dann muss man schauen, dass wir da wenn das Geld reicht, noch Geld, also Bank und Felder zukommen können. Bei der ganzen Silage muss man sehen, nächstes Jahr, dass wir da aber hier jetzt geplant, ein paar also vielleicht Trockenfelder anzusehen. drei oder vier Stück muss ich aber entscheiden in dem Sinne, wie viel wir jetzt noch verarbeiten. So viel ist es ja hier nicht. Es gibt es glaube ich vier Millionen, glaube ich. Ja, so vier Millionen. Eigentlich viel, aber mal gucken. Ja, dann knallen wir so 80.000 mal zwei 160.000 rein. Ja, das kann sich jeder ausrechnen pro Tag. Monats und drei Tage. Ja, so knapp 200.000. Um das mal ein bisschen abzurunden. Ja, mal drei sind 600.000. Ja, dann bist du bei vier Millionen. Da kommst du nicht weit, ne? Ja. Gerade ist Ende im Gelände, ne? Da kam ich den drinnen an, mal ein Silage und nicht so viel, ne? Ja, 28.000. Da kann noch ein bisschen was rein. Wollte nicht so voll machen. So, nicht dass das Ding mit Grasballen eingenommen können, ne? Weg. Was bedeutet der Pfeil? Ich weiß es nicht. Du weißt, ob der LKW weggefahren ist. Sonst wäre das schlecht. Also Heu ist gepresst wahrscheinlich und anders geschwattet will ich noch drüber gehen, ne? So. Fast 40.000. Sauberle! Aber ist halt so, ne? Es gibt ja nicht nur Sonnenschein, ne? Auch der Lampenverbrauch Regen. Nur immer in richtigen Mengen und zur richtigen Zeit, ne? Wenn es zu nass ist, ist es nicht gut. Ist es zu trocken, ist es auch nicht gut, ne? Dann wächst nichts, ne? Oder man kommt nicht auf die Felder raus. Das ist genauso schlimm. Oder nächstes fertig. Dann ist es richtig ärgerlich. Ich kann ja auch gleich wegmachen hier. 110, ne? Ja, die Bonker würde ich so trennen, dass es sich nicht als eins darstellt, ne? Wenn ich den Eindruck gehabt habe, dass das mit Cosplay nicht klappen wollte, verdichten, weil wahrscheinlich ich glaube, die sind verbunden. Könnte so sein. Weiß es nicht. So, da wäre hier auch voll. Wenn er es heute da einkippt. Hier ist voll. Hier wird keine normale Silage rein, ne? Keine Gras-Silage. Das war nichts. Dann müssen wir hier abkippen. Dort noch mal aufmachen, ne? Sauberter. Das habe ich mir so gehasst. An der Ecke kriegt mir nichts raus mehr. Ja, um Bau gearbeitet hast, ne? Der Regen wird aber was für einen nassen hinteren geholt, ne? Das arbeitet sich auch nicht, wenn es nur ein nass ist. So, 18.16 Uhr muss man die aktivieren, die beiden äh Rollationsrein, kann man sagen, ne? Und mal, ne? So. So, Silage aktivieren, das ist jetzt auch drinnen, ne? Mais, das ist noch ein bisschen hin. Und das ist halt leer. Ne. Da werden wir entsprechend auch Energie erzeugen können, ne? Für alles. So, wollen wir noch ein bisschen rein kippen. Graziell, ne? Ups. So, Gras noch rein. Nur gleich Ballen, ne? Gleich, gleich. Mal gleich mal. So, Spezialgabel haben, ne? Das geht ein paar Mal gut und dann ist es plötzlich dann schmeißt es er halt nicht um, ne? So kriegt man ja da richtig viel rein, ne? Jetzt hast du ja nur 18.000 drin, ne? Jetzt hast du ja 16.500 mal 2, ne? Oder 32.000. Und der nächste Vorteil ist, wenn die BGH mal alles leer ist, der holt sich das immer nach und nach raus, ne? Ey, der Polizismus ist weg. Irgendwo. Ob der jetzt erschossen wurde? Ich weiß nicht. Normalerweise war ja so das oder nicht mehr aktiv. Der ist mal, äh... Ich weiß nicht. Die Fahnen fangen nicht aufgefahren, ne? Wir hätten extra, glaube ich, da anbauen können. Gibt da sowas? Oder hinten zum Haken sind? Oder ist das zum Anhängen? Zum... Weiß ich. Montage, keine Ahnung. Haken. Haken, Haken. Naja, für... Justin bin der Meister. Der muss ja mal Meister werden, ne? Kinder. Naja, Kinder sind dürfen drücken. Kinder. Und fast erwachsen. Scheiße, wie viel Zeit mir geht. Das ist ja so, ne? Erwachsen. Naja, mit ein bisschen Fleiß wird immer was, ne? Egal, was man machen wird. Lups. Da dürfte auch genug Gras drin sein. Nein. Jetzt können wir auch die Zeit ein bisschen beschleunigen. Ich überlege auch, ob du heute Nacht... Weil der eine Mod ja praktisch Schwierigkeiten macht, äh... Bruchtfolge, da überlege ich auch. Wenn da beim Schlafen jetzt zum... August noch nicht kommt, jetzt probiert mal... Wenn das im August Schwierigkeiten macht, wie beim zum Juli, dann, äh, fliegt der runter. Habe ich hier? Ne, da habe ich auch. Und dann... Dann müssen wir ohne auskommen. Weil die Meldung war gewesen, beim letzten Mal, dass es da... Probleme gab, und zwar wegen, äh... Mit dem... Äh, was kommt schon? Mit dem... Wie fällt es denn hier rein? Mit dem, äh... Multifrucht... Paket. Ja, dann muss ich jetzt einen Traktor haben und Anhänger. Traktor haben wir jetzt nicht hier, ne? Jedenfalls nicht, was ich wüsste. Anhänger haben wir genug da. Der Traktor ist belegt. Bleibt auch so. Ich schalte mal durch. Irgendwo steht der da um. Wasser. Der wäre zu klein. Der geht. So. Schnappen wir uns den Anhänger. Äh... Der Schwann, ne? Die beiden da. Der hängt so schief da. Aber wenn ich da wieder ran will, rutschnehm den... Den Straubmann. Der Ball kommt nicht ran. Oder ist da die Leifel? Ja, das wird nichts. Wenn ich da ran fahre. Wenn ich da ran fahre, so schräge, dann geht der andere wieder weg. Ich muss nur umdenken, ne? Vom Lenken her. Geht der auf Frucht rein, oder ist das hier so ein Sammeln, ne? 52.000, glaube ich, rein. Jetzt mal der hinten die Anzeigen. Ist das dicht daneben, ne? Aber der geht. Ich habe jetzt auch die Hopfen drinne von... Mann, das war noch hier... Da... Bin gerade umgezogen, ne? Da war doch ein Platter draußen, ist drinne. Den Punkt musst du dir auch einfahren. Der Punkt ist ja bekannt. Ja, Sand nicht. Würde ich hier auch nicht einlagern. Gute Frage. Topf. Mal links. Und hier mal. sagt gut hopfen bleiben eintragen und das ist ja mal position haben wir hier die doch ob sie doch aufladen bescheid wissen markieren da oh ich sehe gerade das sollte schon freundlich gewesen sein ich sage schon schuldank bleibe schauen ja ja bis zum nächsten mal ja